ketten hingekommen sind ja ein hund ist schon mal da mehrere folgen ihn so die hunde müssen müssten jetzt eigentlich einigermaßen sicher sein gucken wir mal kurz hier oben hin haben sie mir jetzt genau es müsste man eigentlich da hoch kommen können aber die haben beide keinen job wieso habt ihr keinen job da kommt mal hoch kommt nach hier kommt hoch kommt hier hoch hier hoch hier hoch hier hoch hier hoch und ist hier jetzt muss ich kurz überlegen wie ich das am gescheitesten mache ja weißt du was we move designation als höhe konstruktion build stairs normalerweise kann ich eine downstairs hier platzieren aus granit ja kann ich gut jetzt hoffentlich kommt mason und macht den job ja construct building sehr schön also mein eingang ist schon mal sicher jetzt haben wir tiefsten winter was ist hier los das ding snow gut alles kein problem doch hier so kann man jetzt hier runter ist die gute frage building c absteer kopfbahn hier runter construct building zoom construct building gut ich hoffe mal das ist das richtige building was er jetzt constructed dann gehen wir schon mal einen anderen befehl nämlich ab downstair bis hier hin so eigentlich hätte ich es von unten machen können ich spezialist jetzt sagen wir nämlich sie sollen alles weg machen also alles weg channeln hoffentlich sind sie dann auch so helle und fangen an den rentern an sondern alles weg channeln auf der ebene ja es wird gebuddelt und das telefon klingelt einen moment bitte so da bin ich wieder entschuldigung für die unterbrechung wir machen einfach weiter also die treppen sind schon mal gebaut remove construction machen wir mal die treppe hier oben weg mal sagen jetzt hier designation channel und gucken mal wie intelligent sie beim channeln sind ich hoffe mal intelligent genug was sagt der ok die sind im bau sind sogar schon fast alle fertig das ist schön also wenn es läuft ist es immer schön nur dass der winter doch anhält das ist nicht so toll warum auch immer da oben jetzt überall ähm ja meine eimer verteilt sind weil da sachen nicht zugefroren sind murky pool ich hätte euch gebeten die auch zu benutzen oder ihr habt doch ja ihr habt hier eine worte source was sagt das ding hier ok sie channeln gut weg jetzt stellen wir eine schicht nach der anderen weg gucken mal kurz was die äh hier sagen also wir müssten kohle haben gucken wir mal kurz in unsere stocks die müssten unter bars und blocks beziehungsweise unter bars fallen wir haben sogar iron bars und copper bars hier rumliegen ok und etwas charcoal sehr gut sehr gut das nächste was ich in auftrag geben will um mal gucken wo werden die gemacht beim mason wohl eher hier short sort ja gut steinerne kurzschwerter für meinen ersten armbuss schützen trupp die werden nachher dann durch metallschwerter ersetzt wenn wir irgendwann mal in den moment in den genuss kommen von genügend metallen im augenblick haben wir ja gar keine wo wir schon mal dabei sind kuh rock table zehn stück und kuh rock throne zehn stück so damit wir mehr platz in unserem speisesaal haben ok ok die stills sind noch fleißig am braun weil wir genug pots haben äh wie sieht es eigentlich hier unten aus warum liegt das zeug immer noch da rum gabbro quiver large gabbro pot verboten sind die ja nicht die liegen einfach nur da rum weil es spaß macht hunde sind auch da fleißig ok erstes ding ist ausgechannelt nächstes channel befehl channel bitte das stockwerk inside dark above ground dark subterrains outside light ja das da unten ist übrigens die meldung ob das zeug innen oder außen ist also im augenblick ist sind teile innen und teile außen also kleine spalten aber das ist nicht schlimm denke ich mal gut meine jungs sind beim channeln wenn das doch schlimm ist dann machen wir die flocks eben oben weg was sagen die eigentlich wie viele wissen noch gemacht werden noch 16 stück also geben wir noch mal mehr floor grades floor hedge ist übrigens eine bodenluke für leitern floor grades so in auftrag ich wünschte ich könnte die massenware platzieren aber so muss ich sie einfach händisch platzieren äh place ups floor grade muss ich einen haufen male enter drücken bis da genügend platziert sind ich weiß gar nicht ob floor grades betretbar sind oder nicht ich glaube eher nicht so außerdem wird das miasma dann eh nach oben steigen und hier durch die grades verschwinden wenn es denn mal welches gibt also miasma miasma ist so eine rosa wolke aus gestank und wir haben immer noch nicht genug floor grades ich habe doch nachgezählt dass wir 88 brauchen oder sind die meisten noch immer in den hier in den dingern gelagert nö und da habe ich mich wieder mal verzählt gehen wir mal hier hoch ja es wird alles fleißig weg gemacht designation remove construction das ding kann nein noch nicht weg erstmal schöner ist weg channeln dann können wir die treppe da weg machen das überlege ich mal gerade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 es sind nicht zähne sind ein es sind nicht 11 sondern 21 also gerade die doppelte menge brauche ich 21 protein 21 pro das heißt ich brauche 21 42 42 42 nee 42 84 ok ich brauche noch mal 80 stück weil ich habe 88 gemacht und ich brauche 164 sharp über hard work ok da muss ich mal gucken aus was man rock swords mal genau machen muss und zwar werde ich das jetzt dann im anschluss tun die aufnahme session will sich gerade mit einem save game beenden ja es ist wieder viel passiert wir sind auch viel vorangekommen wir haben es auch endlich mal geschafft unseren refuse stockpile in die gänge zu kriegen und hey das ding füllt sich wieder mit wasser weil wir frühling haben sehr schön übrigens wenn das da voll ist müssen wir die zone entfernen und den schmaleren burggraben noch befüllen das länger oder kürzer dauern könnte weil er länger weil wir auch das hier noch weiter befüllen müssen also eine schicht darüber und der frühling ist gekommen sehr gut naja wir haben noch viel zu tun also ich muss erstmal rausfinden wie das mit den shorts funktioniert da sollten wir langsam unsere militär die gänge bringen also leder rüstungen und so weiter für die herrschaften leder müsste nämlich noch alles hier gelagert sein das müssen wir bei gelegenheit mal hier unten lagern also hier und dann sagen hier den leder workern sie sollen leder armor machen äh x äh ne nicht remove stopp so lederarmor also 10 leder rüstungen 10 lederhosen stiefelhelme dass wir langsam mal in richtung rüstung kommen für unser erstes squad und erst wenn das erste squad ordentlich ausgerüstet ist kümmern wir uns ums zweite weil es bringt nicht viel mehrere squads zu haben wenn sie nichts taugen also gut und sag ich mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.